jo liebe leute ich bin der topse wir spielen wieder fifa 14 ja die demo leider nur auf dem pc ja so muss man jedes mal einstellen was man da haben was gibt es noch mal für teams ganz klassisch spielen wir russia dortmund gegen gegen paris ja geile trikos teammanagement guck mal noch mal vegetarian ist wahrscheinlich drin bandowski ja das hier leute ist sein bruder bestimmt aber man muss rein wenn das geht wenn du es geht 86 punkte jetzt meine andere formation wir wollen nämlich die ist geil kader lewandowski zentral ja achtung leute das ist hier krieg 19 so wer ist denn da noch bender kommt raus genau so plaschikowski kommt so wer ist denn da links reuss und mit gitarren wer ist schneller natürlich plaschikowski kinder so die wechseln seiten genau an und so spielen wir leute was soll ich da machen wo schießt der bauten nein ich hoffe mal jetzt gewinne ich auch gegen hier diesen computer spiele markin tyler und alan smith haha ausgetrickst komm der war nicht nur abseits ja das war nicht so gut ja holen wir russisch um es mit sich verarschen alter das tor war echt geil die zentwicklung an ein konter wieso wollen wir es echt wie wie in echt ja haben die den gemacht richtige pfeife ist er geworfen richtig geist muss mal gucken ob ich hier durchkommen kann alleine wahrscheinlich nicht so jetzt lauf genau oder schuss war mal komm ecke ecke nein gut der wird durch der reingegangen wäre durch kommen wieder ja wohl da war das vergiss das ich über hummels gesagt h h wieder geblockt worden aber um uns kennt er nichts schließt eiskalt ab weil wir wissen auch nicht wo sie steht hier jawohl ach komm so er kriegt vorteil hast ja recht aber mal jagen servus mtf nein 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 nicht insaus Schellmann Deckung machen Ibrahimovic ist nicht zu unterschätzen nein jawohl Lasikovic geschickt soll ich selber machen na komm Alter ich stell mich auch wieder an wär alles möglich besser gewesen aber nein ich muss dann noch zum dann steht ja 1 Eins. Nein. Komm, komm, komm. Ah, verdammt. Ah. Zu jetzt. Gut. Sogar die Zuschauer klatschen. Servus. Die Spieler entwickeln sich auch viel geiler wie 13. Jawohl. Komm. Lewandowski. Jawohl. Flanken. Komm, 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 komm. Nein. Doch. Ja. Nein. Verdammt. Äh, klau den Ball. Hä, hä. Ähm, der Rufke geschickt. Ja. Nein. Ach komm, Alter, wer der durchgekommen? Sag ich euch, Leute. Da ist gebrand in der Bode. Da ist er. Mütige Decken. Abseits ist es eh. Abseits. Das wäre doch abseits. Pfeife doch. Pfeife. Ach komm. Ich muss mal mehr über Links spielen, wo Reus ist. Der ist auch nicht gerade langsam. Brrrr. Blablabla. Wie steht's denn? 4 zu 4. Ich hab 100% Schussgenauigkeit. Ah, wie geil ist das denn? Jetzt sieht man den Ballbesitz in welchem Feld. Also mein Sturm. Boah, das ist geil. Fouls. Boah, das haben wir das schon immer und ich hab's einfach nur nie gemerkt. Keine Ahnung. Nun gut. Gehen wir weiter. Die zweite Periode. Ah, der war zu blöd. Nun gut. Hätte auch eingehen können, ja? Er ist aber hart gefeiert. Oh, gegen Ubrahimovic hat er keine Wunde schon. Wohl. Jawohl. Ja, block mich bitte mehr. So, den hat Blaschikowski. Nein, 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 nein. Shit, den durchbekommen. Ach. Ja, gut klar. Zu gut, ich tschwede. Der Raudi. So. Ah, was machst du? Nein. 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 Ah, mein Zaunpott hat. Da rum, Leute. So, jetzt geht's wieder. Na. Oh. Jetzt bekam ich nicht getroffen. Das hätte ruhig gegeben. Also hier in der Brot. So, jetzt. Wenn man los geht. Ach, komm ey. Ich hab's voll abgezogen. Ich hätte wahrscheinlich warten müssen, ne? Ah, gut hätte auch reingehen können. Oh, da ist ja rechts oben einer gelaufen. Hab ich nicht gesehen, Leute. Tut mir leid, ich bin dumm. Ah, lalala. Fußballtaktiker, no clue. Komisch ist, dass ein Torwart nicht rausgekommen ist, ja? Also kommt der CPU-Torwart nicht so gut raus. So gut, ich hab's auch... Ich hab die auch auf Mittel gestellt und nicht auf schwer. Kann ja sein, dass das schwer dann anders ist. Irgendwas muss ja aber schwer anders sein, ne? Dann waren sie gar kein... Ja, gut, die waren auch jetzt so gut wie keine Fehler. Oh, hat er. Der Weidenfeller. Ups. Ja, ich muss mal gucken. Was kann ich denn... Habe ich irgendwas Gutes auf der Ersatzbank noch? Ah, Schmelzer kann ich mal raustun. Da ist er... vor... gewandt. Schieber Schein könnte ich reintun. zentrales Mittelfeld gegen... Nee. Ach, scheiß drauf, machen wir nix. Ups. Oh, weiter machen. Ja? Nein! Ach, okay. Die Leute steuern, immer den Leuten steuern, Leute. Immer die Leute steuern, Leute, ja. Oh, fuck, das war scheiße. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht durchbeblassen. Letzter Mann, letzter Mann. Mein Gott! Oh, wenn ich jetzt einkriegt, bereue mich nicht beschweren, aber wie du mich der verteidigt hat, Leute. Guckt euch das nicht ab, bitte. Ja, und ihr könnt euch das nicht ab, bitte. Wenn er auf der anderen Seite war... Definitiv. So. Ja! Oh! Aber der hat sich gut durchgedrängelt, der Lewandowski. Er leckt mich fett. Haha. Nein! Hätte ich hochwunden sollen. Abseits, abseits, abseits ist der da vorne. Shit. Haha. Komm, komm, komm. Schnell, ich brauche ein Tor! Boah! Oh, was war das denn bitte? Oh, bis zu bin ich in den... Ich brauche den... Baaah! Oh, Mann, ich gewinne die Schreifspots! Was ist denn das? Nur gut, Leute. Also... Ähm... Leider gewinne ich echt nicht gegen die, ne? Die haben Tor gemacht, da habe ich schnell nichts gegen Tor gemacht. War super. Aber... So geht das nix. Muss besser werden. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Top-Servus! Sperm... So...